Und jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, begrüßen Sie als Höhepunkt der Show gemeinsam mit mir den Senkrecht-Starter der neuen Medienwelt im Internet, Mr. Wild Bill, alias Bill Connolly. Danke. Danke. Vielen Dank. Herzlich willkommen, Bill, bei Susan Frank. Danke, Susan. Sieht aus, als hätten Sie Ihre Fangemeinde aus dem Internet gleich mitgebracht, Wild Bill. Bill reicht völlig. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke. Für alle Zuschauer, die nicht über einen Internetanschluss verfügen, und das sollen bei ITV-Gerüchten zufolge noch einige sein, möchte ich Sie kurz vorstellen. Sie sind Reporter und schreiben für den Daily Globe. Richtig. Aber vor zwei Wochen haben Sie außerdem den Videokanal Wild Bill gegründet, der im Internet... Wildbill.com. Das ist die vollständige Adresse. Aber wir sind natürlich auch auf YouTube vertreten. Sie bezeichnen Wild Bill als Nachrichtenkanal, und Sie haben dort einige sehr interessante Thesen aufgestellt. Zum Beispiel, dass es sich bei dem Weihnachtsattentat auf die Baltimore um eine geheime Operation gehandelt hat. Richtig. Und dass weitere Todesfälle, die sich im Zeitraum zwischen Heiligabend und heute auf dem Londoner Stadtgebiet ereignet haben, mit dem Attentat in Zusammenhang stehen. Ja, auch das ist richtig. Sie bezeichnen die Toten als Opfer eines Virus, also gewissermaßen einer Seuche. Ja, von einer Seuche habe ich nie gesprochen. Von einem möglichen Erreger dagegen sehr wohl. Gibt es dafür Belege? Oh ja, die gibt es. Aber bevor ich darüber spreche, möchte ich unseren Zuschauern noch einmal aufrichtig dafür danken, dass sie eingeschaltet haben. Ja, das ist ja nett von Ihnen, Bill. Allerdings mit der Einschränkung. Die Zeit der Mainstream-Medien ist abgelaufen. Gemeinsam mit Ihnen werden wir von wildbill.com ein vollkommen neues Kapitel aufschlagen. Mainstream-Medien? Welche Medien meinen Sie genau, wenn Sie vom Mainstream sprechen? Es geht um das System, das dahinter steht. Aha. Nehmen wir zum Beispiel die Baupolitik. Die Ausweisung von Bauland in den besten Lagen von London zugunsten einer kleinen Anzahl ausländischer Investoren. Das ist sicherlich ein schwieriges Thema. Denen es aufgrund Ihres geradezu obszönen Reichtums erlaubt ist, einen Glaspalast nach dem anderen zu errichten, während gleichzeitig die Wohnungsnot in allen Stadtteilen größer und größer wird. Diese Maßnahmen sind ein Skandal. Aber das ist nicht unbedingt unser heutiges... Ein Skandal, über den gesprochen werden muss. Ich bin mir nicht sicher, was das mit der Baltimore zu tun hat. Nun, das kann ich Ihnen sagen. Es geht darum, dass wir hinschauen müssen. Genau hinschauen, wie wir in Ketten gelegt werden. Wir müssen... Sie fühlen sich in Ketten gelegt, Bill? Was? Jetzt gerade? Nun, ich kann an Ihrem Stuhl keine Ketten erkennen. Was ich damit meine ist, dass wir gezwungen werden, bei einem Spiel mitzuspielen. Sie und ich und all die anderen einfachen Leute auf der Straße. Ein Moment, Bill. Sie und ich sind einfache Leute? Also, ich habe jedenfalls nicht die Millionen, um bei diesem Monopoly dabei zu sein. Dann haben Sie anscheinend Ihren Ehevertrag schlecht verhandelt. Immerhin besitzt Ihre Frau, Sheila Connolly, eine Zeitung, die um die 100 Mitarbeiter beschäftigt. Das ist nicht fair, Susan, und das wissen Sie. Die klassischen Zeitungen stecken seit Jahrzehnten in der Krise. Die Umsatzeinbrüche der vergangenen 20 Jahre... Und was diese Talkshow angeht, sie wird Woche für Woche von einem Millionenpublikum verfolgt. Mein Engagement wurde deswegen gerade erst zu sehr attraktiven Konditionen verlängert. Das freut mich für Sie, Susan, aber... Eine Menge Leute würden Sie und mich also wohl als äußerst privilegiert bezeichnen. Sie versuchen, vom Thema abzulenken. Gut, dann werden wir doch mal konkret. Was genau wissen Sie über das Weihnachtsattentat? Ich verfüge über Informationen, dass eine Gruppe von Leuten versucht hat, Beweise für eine geheime Operation zusammen mit der Baltimore auf dem Grund der Temse verschwinden zu lassen. Eine geheime Operation? Eine Bergungsaktion, die vor einigen Wochen im Atlantik stattgefunden hat. Im Atlantik? In der Nähe der Azoren, ja. Und was wurde dort geborgen? Das weiß ich nicht. Sie wissen es nicht. Nein, Susan, ich weiß es nicht. Aber es muss etwas von großem Wert gewesen sein. Wenn alle Spuren der Aktion... Wissen Sie denn, wer diese geheime Operation durchgeführt hat? Es gibt sehr eindeutige Hinweise auf die Hintermänner, die... Also wissen Sie es nicht, Bill. Ich kann darüber im Augenblick nur sagen, dass diese Bergungsaktion privatwirtschaftlich organisiert wurde. Was bedeutet das genau, privatwirtschaftlich? Das ist eine merkwürdige Frage. Sie und ich und jeder normale Mensch sollte wissen, was dieses Wort bedeutet. Trotzdem wollen Sie es offenbar nicht genauer erklären. Nein, ich habe nur gesagt, dass ich erst das Material auswerten muss, dass... Welches Material? Das Material auswerten muss, dass Hieb- und Stichweste beweise dafür, dass... Hieb- und Stichweste? Sie sagten doch gerade, Sie haben noch nichts geprüft. Bitte lassen Sie mich ausreden, Susan. Es muss hier ja wohl noch erlaubt sein, einen einzigen Satz zu Ende zu bringen. Selbstverständlich, Bill. Ich bitte um Entschuldigung. Kein Problem, Susan. Also wie gesagt, diese Quelle, die vertraulich ist und die ich natürlich schützen muss... Natürlich. Diese Quelle hat mir Beweise geliefert dafür, dass das, was auf der Baltimore passiert ist und das, was mit den anderen Todesopfern passiert ist... Welche Todesopfer meinen Sie jetzt genau? Wie ich gerade gesagt habe, ich meine die anderen Todesopfer. Also die Opfer, die nicht auf der Baltimore gestorben sind, sondern an den Tumoren, den offenen Wunden... Aha. Übrigens, nur um das an dieser Stelle einmal klar zu sagen, diese Personen waren todkrank, Susan. Verstehe. Und das, was sie krank gemacht hat, diese Ursache ist es, die geheim gehalten wird. Genau darum geht es hier nämlich, dass eine Vertuschungsaktion seitens der Politik und der staatlichen Ordnungsmedien... Entschuldigung, der staatlichen Ordnungsmächte stattgefunden hat, an der auch die Mainstream-Presse beteiligt ist. Danke, Beth. Aber ich fürchte, ich habe immer noch nicht genau verstanden, worauf Sie hinaus wollen. Ich will darauf hinaus, dass... Gut, diese Frage werden wir uns gleich nach unserer kleinen Werbeunterbrechung zuwenden. Gehalt, warten Sie! Wenn wir uns in einigen Minuten hier wiedersehen. Ich möchte zumindest noch sagen, dass... Mein Name ist Susan Wade und das ist mein Gast Bill Connelly. Nein, ich möchte zumindest noch sagen, dass... Wir freuen uns auf Sie. Bis gleich. Danke. Der Killer hatte vielleicht 80, 90 Jarts Vorsprung und hetzte zwischen Kränen, Bauwagen und Dixi-Klos hindurch über das Baustellengelände und die Prestons Road nach Cold Harbor. Eine Kleinstraße mit knuppigen Backsteinhäusern, die in einem langen Linksbogen zurück auf die Prestons führte. Stehen bleiben! Polizei! Stehen bleiben! Ich dachte an Finneran und an Sinclair, der es nicht geschafft hatte, ihn vor dem Creepmouth-Anleger einzuholen. Dieser Kerl hier war trainierter, als es Finneran den Akten nach jemals gewesen war. Was, wenn er außerdem ein Opfer des... Dings geworden war, das Finneran angetrieben hatte? Ich kam einfach nicht näher ran. Dann erreichte er die Kurve vor der Prestons. Stehen bleiben! Zuko, der Killer erstarrte. Keine Bewegung! Er drehte sich langsam um. Verschwitzte dunkle Haarsträhnen unter der Kapuze. Schwarze Funktionskleidung. Hände hinter den Kopf! Los, mach schon! Zeig uns deine Hände, du Scheißkerl! Er bewegte sich nicht. Oder war es das Etwas in ihm, das mich anstarrte? Jacke aus! Los, Jacke aus! Sofort! Er schlug die Kapuze zurück. Dunkle Haare, schmaler Mund, markantes Kinn. Sah so der Kerl aus, der Russell Lynch erschossen hatte? Jacke aus! Und das Hemd auch! Bist du taub, oder was? Los! Perfektes Waschbrett. Kein Blut. Keine eiternden Wunden. Okay, das reicht. Runter auf den Boden. Auf den Bauch. Und zwar schön langsam. Und ich will die Hände auf dem Rücken sehen. Wie heißt du? Vincent Castigan. Vincent. Sieger. Heute nicht. Ich will die Hände auf den Boden. Herzlich Willkommen zurück bei Susan Frank. Für alle, die später zugeschaltet haben, neben mir sitzt Bill Connolly, der auf seinem Videokanal wildbill.com einen Skandal um das Weihnachtsattentat von Creekmouth aufgedeckt hat, der die Grundfesten unserer Demokratie erschüttert. Das waren Ihre Worte im Vorgespräch, Bill. Naja, Susan. Die Grundfesten unserer Demokratie sind schon länger erschüttert. Wir waren bei den geheimen Informationen, die den Anschlag in Creekmouth in einem vollständig neuen Licht erschaffen. Und zwar 1, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 9. Vielen Dank.